Hallo Stadtgärtner, wir befinden uns heute hier im Allauntag an dem Stadtgarten und gerade direkt an der S-Bahn Hecke. Wie ihr sehen könnt, sind hier Himbeeren. Ihr könnt auch gern vorbeikommen, euch Stecklinge machen. Und zwar, wenn die hier rüber wachsen über den Zaun auf dem Boden, wenn man da neue Pflanzen haben will, kann man sie bedecken mit der Erde, dann wurzeln sie ganz gut an. Am Ende kann man sie ausgraben. Das sieht dann so aus. Man kann sie an eine neue Stelle setzen, wo sie genug Platz hat. Wenn ihr euch Stecklinge zurechtschneiden wollt, dann ungefähr in der Größe zwischen 20 und 30 Zentimetern. Dann alles von dem Blattwerk trennen. Soweit eingraben, dass noch circa zwei Augen rausgucken, alles gut wässern und dann wächst euch ein neuer Hinderschraub. Also kommt vorbei, macht euch Stecklinge. Wir haben auch stachellose Brombeeren. Wenn ihr daran Interesse habt, kommt gern vorbei. Tschau! Schaumelται. Schaumelται. Schaumelται.